In diesen Pfoten verstecken sich clevere, hinterlistige Krallen, kapiert? All das harte Training, das ich Tat für Tat bei Regen, Schnee und Wind durchgezogen habe, wird sich jetzt bezahlt machen. Und hier steht nun Oroo Oroo als Schaltwandel bereit. Wenn ich im Spiel bin, ist für dich Feierabend. Was machst du denn? Hey, Mautzi! Ich wollte dem Profi nur diesen Moment schenken, das ist alles. Aber jetzt werde ich es diesem inkompetenten Schläger mal richtig zeigen. Nun stellt sich Oroo Oroos Partner Relaxo bereit. Kommt nun das ersehnte Comeback? Direktor Eich, was denken Sie? Gleich werden wir Relaxos Fähigkeiten zu sehen bekommen. Ich bin gewürfelt! Relaxo scheint nicht wirklich besonders motiviert zu sein. Ich hoffe, es ist okay. Relaxo ist das Tagträumer-Pokémon. Deshalb ist es nicht wahnsinnig viel wach. Ja, Relaxo! Zeig uns, was du drauf hast, Relaxo, mit einem Home Run! Relaxo ist so gesprächig wie ein Ziegelstein. Dann sieh dir mal diesen diabolischen Mautzi-Liga-Ball an! Es ist wohl unnötig zu erwähnen, dass dieser im Bogen geworfene Ball den Schläger vor eine wahrlich unlösbare Aufgabe stellt. Mautzi hat dafür unzählige Stunden geopfert. Ja, schnapp ihn dir, Castella! Hier rüber! Castella! Castella, 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 Castella! Hey, das Spiel ist noch nicht vorbei! Haben die eine Macke? Noch ein Out und dieses Spiel ist Geschichte für Team Knirps! Relaxo ist auf! Lauf! Ja! Bitte lauf, Relaxo! Beweg dich schon, beweg dich! Es wird Zeit, alle Register zu ziehen! Menschen! Seht mal da! Leidenschaft und Schweiß! Spür dieses Feuer! Relaxo! Komm schon, Schluss mit lustig! Mautzi! Mir schwindelig! Nicht, wenn ich am Werfen bin, vergiss es! No! No, no, no! V-N-A-B-O! Safe! Ja! 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 Ja!